Was ist jetzt das? Ihr fahrt von dem umgeknissenen Boot da hinten, da lang, schmeißt das Vollgas dann da rein. Ich war einfach zu schnell, ne? Also, ich überleg mir irgendwas wegen nächster Challenge und so, hier macht man irgendwas. Irgendwas kann ich gut. So, hat jetzt einer eine Ahnung, was wir hier sollen? Keine Ahnung, was wir hier sollen. Keine Ahnung. Ich meine, es werden hier hergestellt und... Geiles Wetter draußen. Werkzeug und... Ja, mit diesen Händen, mit Schrauben? Nee. Ja, du bist ja der Oberschrauber vor dem Garten. Ja, genau. Also irgendwie... Hey, da kommt was. Guck mal. Bevor wir losfahren, sollten wir uns mit der Technik der Mofas befassen, im Falle eines mechanischen Problems. Dankeschön. Deswegen werdet ihr eins eurer Mofas auseinandernehmen und dieses coole Bild nachahmen. Ja. Einmal zerlegtes Mofa. Ich muss auch weg jetzt. Ich muss... Servus. 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 Eure Zeit wird dabei gestoppt. Sobald ihr das Foto gemacht habt, wird die Zeit angehalten. Achso, das Foto. Nachahmen. Foto gemacht. Achso. Das heißt, wir müssen jetzt den Mofa zerlegen, aber... Welches Mofa müssen wir denn zerlegen überhaupt? Welches zerlegen wir? Keine Ahnung. Muss man ziehen. Irgendwie in die goldene Mitte. Den da. Du. Dein Mofa wird zerlegt. Servus. Fertig. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Mach mal kurz. Hey. Pass mal auf. So. Jetzt geht's los, oder? Die Zeit beginnt... Jetzt. Jetzt. Okay. Ich hab hier das Dimmel Werkzeug hier. Die Mofa-Zange. Und hier der Mofa-Hammer. Wir müssen mal den Hammer. Kannst du bitte mal mit dem komischen robotorischen Werkzeug dich hier verfüllen? Was soll denn? Ich hab auch gesagt, ich soll es zerlegen. Das geht schnell. Aber nicht damit. Was macht der denn da jetzt? Ja, er zerlegt das Mofa. Das ist die Auflage. Alles da. Nein, klar. Also die erste Schraube dreht schon mal mit und lässt sich nicht aus. Ja, Holger, zerlegt mal rein. Ja, ich muss nachdenken. Mit was willst du denn das machen? Ich mach einen Schraubenzieher. Da brauchen wir mal kleine Nüsse. Ich hab's da hingelegt. Ich hab's da hingelegt. Den hab ich da hingelegt. Der kennst du. Guck mal, ja? Du Lombes-Säcke. Ja, Schraubenzieher geklaut. Oh Mann, oh. Komm, komm, komm. Alter. Finger weg vom Werkzeug. Das ist ein Zehner. Der Klauch hier die ganze Zeit, ne? Das ist ein Zehner. Nee, das ist ein Zehner. Der Griff geht nicht auf. Das ist ein Zehner. Das ist ein Zehner. Nach ungefähr 20 Minuten mit einem alten Mofa und Holger dreht einer gerne mal am Rad. Ratet mal wer. Nüsse, ne? Und du bist mal von wo eigentlich in der Nase gekommen? Da hab' ich ja Fahrrad. Mach mal super. Machst du Angst, da? Ich bin die 40 drangemacht voll. Ach du, das ist nicht viel rum? Nein. Schrauben drehen, Modell drehen. Die 40 geht's auch. Super! Super! Ganz toll! Spitzig! Das Ding ist vergabend. Äh, Frau, wo machst du denn da? Randalen! Randalen! Oh! Skandalen! Was? Was ist das denn eigentlich? Ja, das weiß ich, aber geht nicht mal die Kette, Daniel. Ja, wie soll ich die Kette denn wegmachen? So einfach geht das nicht. Da war sie wieder, die Gravitation. Wo ist ne andere? Wo ist ne 17er? Ich hab's doch schon am Start. Entspann dich doch. Chill mal deine Basis. Du musst doch mal ein bisschen deine Basis spielen, Alter. Mach mal zu, ey! Wahnsinn, wenn ich ne Werkstatt hätte und ich würd dich da anstellen, dann würd's einen Stundenlohn von unter 50 Cent kriegen bei diesem... Pass mal auf! Ich bin, ich bin... Nö, das lass ich jetzt nicht auf mir sitzen. Ja, mach halt auch. Du musst das hier aufmachen. Dann halt das fest, ich mach's auf. Ich muss einen Kompressor anmachen und einen Schlagschrauber holen, weil das geht nicht anders. Wieso das denn? Ja, weil ich dir da sag, dass das nicht anders geht. Äh... Halt mal bitte. Ne, lass mal, Holger. Nein, das geht nicht anders. Passt… Na, zwei… Dafür hast du jetzt ne Schlagschrauber. Das ist... Fotig die Angst. Alter. Ohne Scheiß jetzt? Jaaa… So was haben wir früher Brötkettel trugen. Dafür hast du jetzt ne Schlagschrauber angemacht. Das geht doch nur mit dem Schlagschrauber auf. Ja, du kriegst nur mit dem Schlagschrauber auch. Da musst du einen Schlagschrauber nehmen, das kannst du so nicht machen, glaub es mir. Schlagschrauber brauchst du dafür. Das geht nicht ohne Schlagschrauber. Ach ja dann, dann gib mir doch mal einen Schlagschrauber. Ja, gib ihm schnell den Schlagschrauber. Du solltest ihm geben. Das dauert halt seine Zeit, weil es ruhig ist. Er will mal den Schlagschrauber. Schon in die richtige Richtung eingehen? Gib ihm! Rechtsum, ja? Jungs, ich hab ganz schmutzige Finger. Ach, er hat ganz schmutzige Finger. Gibt es eigentlich eine 10,5er Nuss? Die 11er ist zu groß und die 10er zu klein. Du bohrst auch erst, wenn du ein 8er Loch haben willst und ein 5er und dann wird ein 3er hinterher. Ja klar. Ich glaube nicht, dass der Auspuff freiwillig abgeht. Na dann, komm mal. Na jetzt, dann drohe mich noch mal Gewalt an. Ey, du dreckige Auspuff, du dreckige. Wenn du da nicht so voraus kommst, dann kriegst du wirklich schon auf die Fresse. Kommt aber auch nicht, ne? Oh ja, süß. Ja, wunderbar. Ja, dann funktioniert es. Ja, fertig. Hier, schenk ich dir. Den Tank kann man gar nicht abbauen, das ist ein Bestandteil von Armen, gell? Richtig. Deswegen heißt der Rahmen-Tank. Habt ihr euch mal ein. Oh, da muss ich raus. Wieso, Leute? What? Ne. Da steht Ciao. Wieso kriegen wir das Ding von der Ciao schon? Wenn doch gar nicht klar war, welches wir zerlegen sollen. Halt mal. Hat der Produzent da zufällig getrickst? Ich glaube, hier ist eine ganz große Verschwörung am Stamm. Aber hallo. Aus Zeitgründen, und weil ich befürchte, dass ihr das Ding nicht wieder zusammenkriegt, gebe ich euch jetzt die doppelte Zeit, nämlich eine Stunde, um das Muffer wieder zusammenzubauen. Die Zeit beginnt, nachdem ihr den Ramsch hier runtergerankt habt. Ey, hallo, das ist kein Ramsch. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Man möge es von meinem Tisch entfernen. Man möge es von deinem Tisch entfernen? Okay. Dann entferne es leicht. Ich bin ja gespannt, wie viele Teile übrig bleiben. Gar keins. Euren Fachsinn. Was gibt's denn da so blöd zu lachen? Ja, jetzt kommt er mit seinem kleinen Bego-Kurier. Süß. Während ihr, die paar Teilen wieder zusammenkriegt, dann baue ich ein Zweirad aus 1000 Teilen zusammen. 1000 Teile. Ja, 1000... ...23 Teile. 1023 Teile. Wir haben hier vielleicht 30 Teile oder so. Die Zeit beginnt. Jetzt. Okay, wir machen diesen Propo erstmal wieder rein, oder? Komm, Muffer. Ich geh jetzt mal nach oben. Ich geh auch jetzt mal nach oben. Servus. Wie? Wie war's, Ralf? Wie war's, Ralf? Wie war's, Ralf? Wie war's, den nicht raucher? Wie war's, wie war's, die waren wir mal nach oben? Wie war's, da oder wie war's... Wie war's, da wie war's... wie war's, da wie war's, da wie war's. Untertitelung des ZDF, 2020